Die Nachkommen Es wird sehr gefährlich sein, zu Blackstaffs Burg zu kommen und wir können uns nicht bei seiner Neujanität sicher sein. Seid gegrüßt. Befehle, Bogenschützen, vorbereiten. Ja, Sir. Quere, vorwärts. Eure treuen Bogenschützen. Gut zielen, Männer. Da vorne sind ein paar feindliche Wachenseile. Wir sollten versuchen, uns so leise wie möglich um sie zu kümmern. Es ist ein Gemetzel. Klasse. Also los dann. Sir. Sir. Ja, Sir. Gehen in Stellung. Wir bewegen uns. Neue Befehle? Unsere Bögen werden singend. Mein Ort. Spiel vorwärts. Sir. Ja, Sir. Eure Befehle, Sir. Wieder in Bewegung. Landsknechte bereit. Ja, Sir. Unsere Sehnen sind gewachst. Ja, Sir. Auf die Plätze, Männer. Die Männer sind guter Dinge. Wir sind eure Leute. Unsere Bögen werden singen. Reihen schließen. Gehen in Stellung. Lasst sie fliegen. Ziel anvisieren. Ja, Sir. Landknechte, vorwärts. Da kann ich nicht hin, Sire. Eine Patrouille ist Sire. Und es sieht so aus, als habe sie uns gesehen. Wir beeilen uns lieber. Feuer! Jeder Pfeil muss treffen. Auf die Plätze, Männer. In Bewegung. Neue Befehle. Reihen schließen. Auf die Plätze, Männer. Bogenschützen in Bewegung. Lasst sie fliegen. Pfeile schießen. Ziel anvisieren. Bogenschützen unterwegs. Sir. Ja, Sir. Kolonnenformation, Männer. Reihenformation, Männer. Ja, Sir. Befehle. Unsere Sehnen sind gewachst. Wir sind eure Leute. Eure treuen Bogenschützen. Unsere Sehnen sind gewachst. Bereit und warm. Sofort, Sir. Mehr Feinde, mein Herr. In Bewegung, Sir. Wir sind eure Leute. Ja, Sir. Speere vorwärts. Auf die Plätze, Männer. Gehen in Stellung. Augen auf, Männer. Gehen in Stellung. Ziehen los. Sir. Lord Blackstaff hat sein Tor für uns geöffnet. Wir sind siegreich, Sir.